Hey und herzlich willkommen zu der letzte Folge von der Minecraft Week. Ihr habt immer gedacht, dass jetzt die letzte Folge von der Minecraft Week ist, dann stehe ich mal wieder Runde Skyblock, äh, Lucky Skyblock. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in die erste Runde. Wir spielen natürlich wie immer mit dem Builder Kit, hier mit dem Dream Skin, dann alles klar. Einfach ein Dream, welches nicht ein Dream ist. Und hier sehen wir den Lucky Block, wahrscheinlich wieder irgendeinen Scheiss. Oder auch nicht. Oder auch gar nicht. Gute Sachen. Das heisst, ich werde in dieser Runde wieder sterben. Hm. Und dann diesen Block schon mal mitnehmen. So. Ein Heilstab. Nehmen wir immer gern. Und da haben wir. So. Uiuiui. So. Da haben wir weg. Holz. Hetzt da irgendwo ein Holz. Einfach nur das oder da. Und dann ab zu der Grooving Bunsch. Und dann noch ein Heubauer mitnehmen. Crafting Bench. Please. Ein Grooving Bunsch. Kein Crafting Bench für mich. Und dann hier. So. So. Dann zack zack. Zack zack. 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 Da. Dieser Schwert. Habe ich jetzt den Iserblock nicht mitgenommen? So. Ich gebe mir den Iserblock. So. Gut. Dann gibt es äh. Iserhose. Zack Rücher. Und. Da. Bei Piranha. Vielen Nabokal. So. 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 So da. Was ein Lucky Typ. Jungen da ist doch mehr Glück während er verstanden hat. oh heilige mutter meyeria gottes jesus gott goldhausen ja wow da vorne dort hat es die anzeuge wenn ich mal in läusten kann da vorne hat es so low zeuge so da vorne ziel perfekt normales goldschwert jesus gott ja genau mit sloonis kommen wir dort natürlich auch nicht vorne da da es halt so wieder so zeig so die der nördigste rsiebesicht bin ich jungen jetzt slime bringt mich noch um also wir jetzt gerade slime umgebracht haben ja genau wir werden da nächste runde nächstes glück was kriegen wir aus dem blöck nichts denn ich bin immer noch im käfig alles klar diga da wird team jetzt einmal denn dort ein steve wir hatten steve so da ist steiltools oder diese tools öpfel ja ja wieso ist das doch kein dia doch dort hat es dia ja da dia yes den wir nicht noch nehmen und da hat der dia block gerade die oinke schüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Da auch glaube ich gerade sind die Dias Richtige Erema Gerade gejoinkt Da auch gerade auch noch Und dann auch die Brot So Aha, jetzt ab Ich brauche noch ein Crafting Bench Da auch einmal kurz So, so So Ich brauche noch eine Stöckkasse Dann hier ein bisschen Geräufte Zack Also Zuerst einmal Schwert Geben nicht Hose Geben nicht Schuhe So So Nicht einmal so scheisse Aber auch nicht einmal so gut So 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 Let's go In die Mütel In die Mütel In die Mütel auf das So 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 Ei, 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 ein Sturz von hier oben herüberleben wir sicher nicht. Auf die Rette? Ich weiß nicht, was da immer stimmt. So ist es da ja nicht runtergefallen. Wehe, ich fliege hier runter. Ja genau. Wie? Wie haben wir jetzt? Oh, ich hasse es jetzt schon wieder. Das ist der einzige, der ja den Modus hat. Das, was so dreckig runterfliegen kann. Wer ist denn da da? Ich habe einen Geburtstag gebrochen. Und wir gehen da gerade in den Schädel. Aber zuerst auch noch mitnehmen. Führball. Da, da, da. 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 Dich. Da. Da. Ah! Ja! Da! So. Hilfe, die Lederbrust brauche ich nicht, ich denke kann ich nicht, also kann ich nicht. Ja, yes, es hat sich so etwas von gelohnt. So, da, zack, 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 da, bum bum bum, tack tack tack, ein bisschen Brot. Junge, ernsthaft, ja doch, ich gebe diesen, ich brauche zwei von denen. Das sterbe doch mal neben. So, da, ein Schwert, zack. Alex Pauschen gegen dir. Danke. Danke. So, und wehe, ich flüge es nochmal ab. Alles klar, man kennt's. Schön, da, der Danny Megalowit-Portbau. So, Stai-Tools bringen jetzt nichts. Zumindest nicht im gemützigen Fall. diese auch nicht eine woche eine woche schöne ich lieb das beid so stirb danke schön schärfe sind 6 schaden der macht auch 6 schaden also kein unterschied unsere hausse brauche ich unsere hausse ich glaube nicht ich brauche das dach die faude noch schnell oi dai so der stirbdach danke so wird dieser dabei sein alles alles hat er dabei kostbarger hat alles dabei so drei stirb doch danke dies vier trank und essen stirb so geht es natürlich auch das ist ein 202 hier sind die hinten sieben sind hier sechs sind gleich volle hause nicht da aber das an hier und das oi 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 da bocken den schleimstab tnt-stab honey benutzen wegen glöck den ja bogen 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 sind das wo normal die bürger egal nimm die die das die soweit las die Ich werde in der Partystelle hängen. Upsala. Dierschwert. 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 So, Team... Ja! Gäme! Ach, Elondi. Da haben wir doch gerade noch einen. So... Bumm. Bumm. Jetzt fehlt mir ein Block. Natürlich. Man kennt's. So, da überall. Der hat schon mal in die Hand genommen. Und den... Wo ist es denn? Ist es immer noch abgehauen? Der ist abgehauen. Oder ist er? Oder ist er? Als Keyboard. Naja, er ist weg. Wahrscheinlich holt er sich jetzt alle Sachen. Naja, er ist einfach da. Da bleibt doch so blöd. Achso. Renn. 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 Ja genau, ist doch besser als ich gedacht habe, gut, dann Fuder, muss Fuder, und da der Slime ist stark. Ha! Let's go! Wie ist dieser Teammate von mir gestorben? Es war niemand da. Wie? Oder der letzte Lucky Block? Gut, dann würde ich sagen, letzte Runde? Ja komm, noch eine Solorunde. Ich schaue, ob ich jetzt wieder direkt sterbe oder nicht direkt sterbe. Jetzt sehen wir, es geht noch. Oh no, diese Map mögen wir nicht. Oder schon. Da bin ich ja noch nicht einmal so lange gewesen. Der hat sich halt gut gewesen. Ja, f***t euch doch. Als ob ich jetzt in Silvophil sterbe. So, da. So, stirb. Danke schön. Zeit zum Craften. Wiesenzüge, Steizüge, äh Steizüge. Das hat gerade schon gedacht, dass mein Browsingbench kaputt gemacht hat. Der wäre also richtig asozial. Ich versuche euch dort rüber zu kommen. Zu mir. Brauche ich Essen. Da. Die können wir mal etwa da rein. Die können da rein. Steine bleiben. So. Er kommt glaube ich auch zu mir. Schwert. Rot. Ich habe Helm und Schuhe. Schuhe und Helm. Ja. Ich muss es essen unbedingt. Wie soll ich denn da bekleid? Nein. Er wird glaube ich heimen. So, da. Stirb. Nein. Nein. Der Kack ist doch so ein Hund. Nicht sterben. Nicht sterben. Da geben wir die hin. Der. Er wird gleich heimen. Er wird gleich heimen. Da hinten lebt immer noch. Hm, hätte ihn sollen nicht umbringen. Nein, ich glaube nicht. Ah, jetzt sind da zwei. Ihr müsst da sofort rüber. Führball. Ah, da kriegt ein Gift. Es regt ja richtig auf. Heilstab. Resistance. Ich will doch hier nur rüber. Ah, jetzt bin ich im R-Schein gelaufen. Ich bin halt so blöd. So, da. Eine Scheibe. Hey, es sind noch vier Spieler. Einen dort, einen dort, einen dort. So ein Krieztrock. Hier hinten haben wir den Bies. Hier ist der Führgang noch aus. Oh, da geht's da. Ja genau, jetzt sterbe ich noch ein Feuer. Jesus Gott, dein Vater. Hoi. Hoi. Weisst du, welche Runde war? Die Runde war einfach scheiße. Einfach Schlimm. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Ist die letzte von der Minecraft Week. Also von dieser Minecraft Week. Ich weiss, es ist zwar am Ende. Aber zählt trotzdem von der Minecraft Week. Irgendwie. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und würde ich sagen, sehen wir uns. Morgen bitte. Soll ich euch nochmal nochmal? Schreibt in die Kommentare, ob ich morgen wieder nochmal eine Minecraft Week soll machen. Wer heute noch einen Kommentar schreibt, dass ich soll, den mache ich einen. Wenn aber niemand einen Kommentar schreibt, dass ich, den mache ich keinen. Also dann gibt es keinen Minecraft Week. Zweite. Weil ich habe jetzt nochmal eine Woche frei. Und in der Theorie könnte ich jetzt nochmal einen Minecraft Week machen. Aber es liegt ganz bei euch. Weil entweder irgendjemand schreibt irgendetwas und ich mache einen. oder niemand schreibt nix. Und es geht keinen. Ich würde sagen, ciao. Outro. Outro